Ich kann nicht nicht mehr aufwählen. Ok, wir haben Staples wieder unter unsere Kontrolle gebracht, haben wir schon mal eine Pass. Warum sterben unsere Leute eigentlich die ganze Zeit nur? Der Schamane kommt wieder. Was für eine Range hat Windshear? 25 Meter. Was geht sein? Weit als genug. Ich würde gesagt, das ist nicht möglich. Ich dachte noch, was zu dort geht. Wo bist du? Bist du Goldwing? Ich bin Stable. Äh, nicht Stable. Das Andere. Lumberjack. Lumberjack. Lumberjack Major. Oh, ich sehe schon, wie der Rogue in sich fällt. K-Scrib, ich bin bei dir. Muaah. Oh Gott. Na, fünfte Sekunde dann wieder auch nicht mehr. Oh, mich hättest du nicht. Mann, was kann denn da? Da wird schon wieder einer sein. Das kann ich schwerlich verkaufen. Wieder erwischt. Gewinntiert. Oh yeah. Because it's an awesome skill. Ich hab den Rogue gettet. Ich hab den Rogue gettet. Ich hab den Rogue gettet. Oh, jetzt will ich mal was auswählen. Oh, man. Falsche Tasse getet? Ich weiß es nicht. Ist der Wisch? Ja. Oh, jetzt bin ich von Rogue getet. Da ist ein Nehmen und ein Genommenwerden. Geht der Rogue getetet. Ach, mal wieder verloren. Nein, nein, nein. Upsala. Oh ja, das schnapp ich dann sogar zurück. Ach. Sitzt der hier immer an der Stelle? Oh Gott, kalt er nicht. Ich wurde gegickt. Ich kass schnell Soul Stone auf mich. Oh, jetzt habe ich es auf deine Leiche gemacht. Da stand tatsächlich, ich will mich wiederbeleben. Also ich hätte es annehmen können. Aber in dem Moment würde ich... Ich kann dich so resten. Wie cool ist das denn? Das ist eigentlich mal gut zu wissen. Ja. Ich hätte es auch nicht für möglich sein. Oh, ein Sturm. Ich fange mit meinem Mund auf. Äh. Du bist Schneeflöckchen. Schneeflöckchen, Weißröckchen. Warum bist du so schön. Lock ihn in meine Richtung. Mach ich. Ist auch Verblingszeit. Ich... Heilig dich, Heilig. Vier. Puh. Schneeflöckchen, Weißröckchen. Hebe dein Hüls... Gut, dass hier der Interrupt kam. Nein, Koto, du hast einzigartig gesungen. Hahaha. Also wir haben uns so aufs Töten hier konzentriert, dass wir die Dinger nicht wirklich eingesammelt haben. Oh, wir haben auch schon alle getötet, die zu töten gesollt werden waren. Oh, sehr schön. Oh, okay. Sagt er auch, der Chorsos ist dem Logikus ein Tod. Das Inventar ist feil. Na, das glaube ich aber nicht. Das ist aber zum Glauben. Ich heile mich. Ich heile mich. Oh, ja. Ach, schon sieht es. Soulstone funktioniert in der Arena nicht, ne? Nein. Weil das relativ schnell castet, wäre eigentlich cool, wenn wir ein bisschen hasten. Wenn es funktionieren würde, wäre es ja schon immer in Sieben in Ruhe sein. Ach, Healer können das auch, oder? Was? Ja, aber nicht im Pre-Dings. Das ist ja der Sinn des Souls, ne? Huh, Scooby hat eben einen neuen Sinn gefunden. Ja, true. Aber ist es wirklich overpowered, oder? Man kann dann doch immer noch auf den Bluttodessort ergehen. Was ist deine Stärke? Hm, ich habe eine hohe Survivalability. Dann gebe ich dir noch Soulstone. Und dann bist du unjugbar. Oh, das ist gut. Ich brauche nur ein paar Kisten. Drei. Ich wecke dich ab. Schöne Blumen, ja. Sie gehen weg. Oh, oh. Wie hast du das gemacht? Ah, lol. Ich habe dir das Live-Blot benutzt von Call of Duty. Ja, ich dachte schon, warum kannst du sowas? Weil ich habe es ja auch. Und ich dachte, das wäre die Trainer-Fähigkeit. Was ja gar nicht stimmt. Warum kannst du das auch, ne? Könnte man wirklich meinen, ne? So als Affliction. Gabel der Nahru. N-n-n-n-n-n-n-n. Nahru. Oh, ich habe es. Ich habe es. Ich kann einen Press abgeben. Kupfer, Kupfer. Kupfer, Kupfer. Nicht sprechen ganze Sätze. Zu, zu, zu doll. Zu doll schlecht. Kupfer, Kupfer. Oh, hey, hey, hey. Kupfer, Kupfer. Lach mal. Hey. Lach mal. Lach mal, lach mal. Sieht ein Höchstchen aus. Oh. Wird das denn auch verloren? Hm. Hm. Ich glaube, der Kerl hier gehört noch zu mir. Was hast du gesehen? Wied man ins Gäser. Hier oben. Hä? Ich fass es nicht. 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 Aber wir tun so, als würden wir da jetzt so, so heroisch rauskommen. Puh, endlich in einem neuen Gebiet. Hm. You guys. People like me. Woah. Quetz. Danke. Woah. Woah, hier ist direkt ein Quetz. Hm. Die Person lokalisiert. Seit ihr Neutralisierungsprozess ein. Oh mein Gott! Ich bin ja auch kein Mensch. Ja, das hier fehlt ganz klar meine Zuständigkeit. Auch wenn ich mich selbst als Übermensch bezeichnen würde. Du, die Ehrenwacht ist größer als gedacht. Meine Karte ist ein bisschen schmuddelig. Was soll denn da rauf? Gespritzt. Da reden wir nicht drüber, ne? Dann demontieren sie den Turm von Horde. Bauen ihn ein. Die bauen auch immer das gleiche Design. So ich, als wäre das so ein Strategieaufbauspiel. Wo ganz viel von den gleichen Türmen überwahlbar ist. So was will ich auch mal wieder spielen, Skrill. So ein Strategiespiel? Mhm. Meinst du ein... Also so online-mäßiges? Ja. Gibt's nicht. Eins gibt hier leer? Für mich bestimmt wieder nicht. Gibt ihr schon mal einen Schmiedemann? Das ist schon mal sehr wertvoll. Mein letztes Höschen will der Mann hier haben. Ich freu mich, wenn man mit solchen Kommentaren die weibliche Fanbase verliert. Wenn's nur ne Base wär. Aber da es im Internet ja eh keine Fan gibt. Ist man da pretty safe. Das stimmt. Mal gucken. Was würd ich denn mal mit Level 30 hier kriegen? Nichts. Oh. Nichts, nichts. Wieder nichts. Enslave Demon. Fellhunter kriege ich. Nice. Fellenfeuer. Nice. Damit kann ich mich endlich mal effizient selbst hüten. Dabei haben sie durch den Live-Tab gegangen. Mhm. Aber mit Live-Tab kann ich mich nicht töten. Dann haben wir es pretty close mal. Aber ich fände es witzig, wenn man sich selbst töten kann, wenn man Live-Tab. Das ist quasi meine erste Suicide-Klasse. Lass sie mich genießen. Und du machst ja gleich jede Klasse zu einer. Ist das auch ne Kunstform. Ja, das stimmt. Das ändert beim Paar. Suizidalismus. Vermessung abgeschlossen. Okay, dann. Das ist die Paarung aus Suizidemie. Und Vandalismus. Ne, was muss man hier machen? Oh, guck mal. Wird sie doch irgendwas messen? Du, hier ist ein großer Graben. Ja, das ist die Schneise deiner selbst. Nein, hier ist ein großer Graben. Aha. Wo ist denn der Mann? Hast du ihn jetzt mal vermissen? Wo ist denn der Mann? Hast du mal vermissen? Und wer muss man denn sich bequatschern? Mit Nibs Bindelgeer. Und meine Nibs, wie du sie nennst, funktionieren. Mensch, ich will Lehrer. Vielleicht auch im Turm? Wenn ich 30 bin, guck mal, wenn ich 30 bin. Dann ist das Leben vorbei. Mit 3 fängt das Leben an. WoW wird mehr statistisch gesehen. 5,8. Das WoW-Leben fängt an. Ja, aber Real Life ist dann vorbei. True. Was du bis 30 im Real Life nicht erreicht hast, wirst du in der ganzen WoW-Geld nicht mehr erreichen. Bis 100 nicht bequatschern, wirst du bei 100 reinstehen, weil das super asem geht. Oh ja, so ein Quadermaster. Ja, hier kann man was zu trinken kaufen, bei so einem. Oh nein. Ich hab Nibs Bindelgeer gefunden. Das war übrigens der Questgeber und man hat mich getrappt. Der hieß bei mir, Brander in Halterhimmel. Nibs, wo bist du denn? Ich muss mich erinnern, wo das Questnummer war. Das ist so eine Gnobel mit so einer Brille. Oh, die Kleine, die sieht man ja kaum. Ich steck den Alec einfach in der Tasche, das geht schon. Und du hast aber Platz. Interessant. Sogar so weit vom Epizentrum entfernt, ist die Erdschicht also auch vollständig aufgerissen. Vollständig, weißt du. Und dann gibt's die Brümpen. Wie kleine überhaupt die Erdschicht hier ist, ne? Stell dir vor, du willst einen Brunnen hier haben. Blub, Magma. Ne Karzelle ist da reingebackt worden. Es heißt gebacken. Aber hübsch ist er. Oh, da ist der Dschungel einfach so. In ein paar Minuten entstanden. Oh, wie cool. Oh, cool, dass wir zum Brachland gegangen sind. Dankeschön. Kein Problem. Kein Problem. Dafür ist ein Feind noch da. Oh, da ist die Höhle. Oh, wie cool das aussehen. Das ist schon krass, dass man so einen weiten Rundflug kriegt. Also Geschenk kriegt. Ja, es ist sogar umsonst. Ich glaube, der Spalt weg ist so krass, dass das Ganze mehr Aufregung haben. War witzig jetzt die Leute, die neu zu WoW dazukommen. Die können sich das so gar nicht vorstellen, wie das mal aussah. Wenn die dann sagt, der Spalt war früher nicht, das war ein Event. Das glaube ich nicht. Ach, man landet hier. Das habe ich nicht vorherrissen. Deswegen war es auch kein Rundflug. Sondern ein sogenannter... Also... Ähm... Progressflug. Oh. Oh, nice. Oh, danke. Das kam auch sehr überraschend. Nice zum GZ. Was find's jetzt? Oh Gott. Ich brühe dir irgendwas aus. Also... Du, 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 du. Du, 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 du du, du... Du, 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 du... Kann man richtig vollstellen, wie sich deine Spucker an deinen Lipps anbringt? Haha. Du, 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 sch... Okay, weiter. Der Flaggenmann möchte mir irgendwas mitteilen. Aha. Nein, das ist wie du crashst nur irgendwas. Nee, guck mal, ich kann das auch. Cool. Er ist der Richtige für den Shot. Denn er ist der Signal-Offizier. Was für so ein Signal? Dann nimmt das alles aus einer Profilierung. Man muss sagen, der dreht nicht. Tandis hotter als der von den Menschen. Ach, der megen Tandis, der nicht hotter ist. Der von den Zwergen. Bei den Zwergen, da kann man noch verstehen, Jürgen, der ist der Wicht. Bei den Menschen ist das so. Tanzt doch, jeder kann tanzen. Na gut, dann kommt so eine Scheiße raus. Du hast sogar auswendig gelernt vielleicht. In irgendeinem YouTube-Video. YouTube ist echt dumm, oder? Im Springer. Oh shit. Oh, wir müssen Seebären töten. Boah, wo wachsen denn diese Seebären?